Okay, du hast schon den Ersatz wie ich... Ist das so? Ne. Plan B? Nicht? Plan B war wohl kein Plan B. Aber... Oh, Moment, warte, warte. Ah, okay. Äh, was muss man machen? Ähm... Achso, einfach nach vorne. Ne, ich musste X drücken. Ich musste Hebel nach vorne machen. Ja, das auch. Aber X muss ich nicht mehr drücken. So, vielleicht war es gleichzeitig. Ja, ja. Ähm... Okay. Ah, hm. Und jetzt? Bist du da runter? Ja, ich denke. Das heißt, wir sind jetzt ohne Gate da durchgekommen? Ja. Waffe wechseln. Äh, hoch? Okay. Das wird jetzt interessant. Oh Gott. Äh, ja. Ah. Tür. Also. Jetzt. Was haben wir da? Was haben wir da? Oh, was soll ich definieren? Äh... Oh, Wein. Ja. Letter Wein. Ähm... Von wo schiehst du denn? Durch die Tür durch oder was? Ah! Äh... Äh... Hm... Gut. Das ähm... Geht dann schon mal nicht? Ja, okay. Ich bin da bitte... Ah... Ah... Ah, der war... Okay, ich bin zumindest schon mal hinter der Kiste. Okay, ich bin zumindest schon mal hinter der Kiste. Und jetzt? Ah! Oh, so. ach nee ja ich hab du musst einfach nur schießen in der zeit während der andere läuft ja okay diesmal hat es mich erwischt ach scheiße jetzt habe ich gerade den weg gefunden wo komm ich jetzt da hin jetzt hier renne jetzt ihre rolle ja das habe ich gefunden da bin ich jetzt ja und ich sollte bauner bahn okay ja ja aber ich glaube ich musste drauf schießen während es flog ja toll ich kann noch nicht mehr daran ich konnte nicht durch das gitarre vor durchschießen da ist vielleicht muss ich wenn ich hier stehen bleibt ja ja aber dann wenn du das teil bierst steht ja eigentlich gut dafür dann eigentlich nicht was ist ja nicht im werfen zu machen ich meistens vor die tür du machst es dann da unten dann wollen 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 man die tasten das war knapp jetzt bin ich da jetzt kann ich werfen scheiße ich muss rüber man ich den letzten schwung nicht hin ich bin am gitar hängen geblieben ja ich auch ich glaube das geht auch ich glaube ich kann nicht so schlecht musst du nur ablenken irgendwie weil die schießen gerade auf mich ja warte okay so jetzt bin ich ja da ab geht's ja da ist doch mal ruhe hier wo auch erlte das war wo ich habe ordentlich das macht und das ist da 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 das hat ja auch keiner gehört ne nein es ist immer voll hier in der party meine das habe ich nicht mehr da muss aber doch klar exakt ich mann, ey. Das ist ein Tod, aber ich, ey. Ach, da ist einer. Noch mehr, Junge. Komm. Wo ist der? Der ist noch hinter dem Moor. Oh, da oben ist einer. Sag mal, gibt's doch wohl nicht. Äh, da ist nicht an der Seite die ganze Zeit, das ist doch wohl nicht zu fassen. Ja, dann versuche ich gerade zu kriegen. Nee, da war ein anderer. Theaterfreie Schussbahn auch nicht die ganze Zeit. Diese Scheiß. Kann ich mich in der Bahn nicht verstecken? Was ist das für eine Scheiße? Ja, da, da. So. So. da ist ja noch einer ja ich habe so tot oder so nicht oder zuckte mich der liegt ja in dem zaun siehst du den gezogen darum aber jetzt jetzt nicht mehr geht zu mir und flamingos ja dann geht es jetzt los ja auch geht es wo wo ja da Oh, scheiße. Drampt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wieso lebt der noch? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Die jumpt da die hier und seit hin und her. Oh, das ist ein schwache Mag, ey. Jetzt haben wir also den haben wir jetzt. Uh, ich gehe jetzt am besten hin. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ach, hinter dem Pfeil auch, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, ja. Komm, 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 komm. So. Und jetzt? Was ist denn der andere Typ? Oh, ja. Oh, ja. Oh, das war ein bisschen zu einfach. Oh, ja. Oh, das war ein bisschen zu einfach. Oh, ja. Und jetzt? Jetzt bucht er erstmal ne Konferenz. ja wir können ja nicht leben lassen müssen hier umbringen ach du scheiße ja mal wieder vincent da muss ich halt dadurch ich glaube bei dem ist es aber ich weiß nicht ich glaube weil der ist mir zu gefällt glaube ich nicht auf diese variante rein ich glaube das geht nicht gut ich glaube es geht so oder so nicht gut egal wer so 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 okay look i still got it that's what you hear for right the diamond it's all yours it's in Ich hab kein gutes Gefühl. Ich auch nicht. Nein, ich muss das. Äh... Stoßen? Naja, das war meine Methode. wir kommen und sagen wie viele kopfschüsse brauchst du den dramatisch so und jetzt können wir da einfach so jetzt davon aber jetzt komplett ausgerottet ich glaube jetzt geht es ja so ok motorräder motorräder da habe ich doch noch fahren ja 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 Ich bin auf die Räder gekommen. Ich bin auf die Räder gekommen. Ich bin auf die Räder gekommen. Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Ja. Ich komm. Ah ne, jetzt gehts ja. Okay. Ja, wie soll das denn gehen? Kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß. Okay. Okay. Aber da war... Was? Ist er erschossen worden oder was? Okay. Jetzt bin ich vor diese Balken gefahren, die da lagen. Die Baumstämme. Das mag der nicht so gern. Was ist das denn für eine geile Sequenz? Ja. Ja. Die ist ja Stuntman pur. Oh! Oh! Esppt gerade aus. Was ist das? Und was ist jetzt? Oh. Oh. ich werde mich hier ganz easy fahren keine ahnung wie das stande kommt ich habe überhaupt nichts nur voll zu den vollen geschossen nicht nix das ist entspannend okay jetzt komme ich unter beschuss Oh! Woah! Sieg coming! These guys are crazy! Alter! Woah! So, ich bin noch mal. Ah! Ah! Shit! Woah! 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 Oh! Oh! Ich bin pissed! Oh! Oh! Ja dann! Oh! 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 wieso man denn erschießen man schießt wird ja aber ziel nicht so eine sache das war glaube ich nicht also trug soll ja doch das wird unser sein genauer abrufen ich habe noch schön abgeliefert aber ich habe ein Problem ich werde nicht Stuntaktion hier das war knapp du bist okay? ja, ich bin gut hey, Emily! großartig! ihr seid verrückt! Vincent, du musst mich für das triple du bist Vincent, du kannst mich nicht oft sagen, aber danke du auch, Leo du wissen was? ich denke, ich werde das Buch schreiben zu Carol das ist eine großartige Idee hey, Emily du hast eine Pen und Papier? warte, jetzt? warum nicht? es ist eine lange Zeit nach Hause du hast etwas besser zu tun? nicht wirklich ok, dann okay liebe Frau das Wetter hier ist sehr schön wir machen heute Wandern wie 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 trading aber nicht wie wie ich hab ich so meine Verzweifel Wir sehen es? Ja. Das sieht cool aus. Es ist so realistisch. Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja.